Hallo liebe Krypto-Kenner und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Oktober hat begonnen und hat uns gleich Kurszuwechsel von mehr als 10% innerhalb von wenigen Tagen gebracht. Und der Oktober läutet quasi das letzte Quartal in diesem Jahr ein. Und das letzte Quartal ist meistens immer ein sehr, sehr gutes Quartal für die Kryptomärkte. Jedenfalls, wenn wir uns die vergangenen Bullenmärkte im Kryptomarkt anschauen. Und diese Frage möchte ich in diesem Video diskutieren. Vielen exemplarisch an den Bitcoin und Ethereum Nachrichten und Trends, die in den letzten Monaten sich etabliert haben. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch gerne auch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um in der Zukunft keiner solcher Videos zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt aber viel Spaß bei dem Video. Ja und beginnen möchte ich dieses Video mit Bitcoin und den positiven Nachrichten in den letzten Wochen zu Bitcoin. Da haben wir zum einen die Adaption von Bitcoin in El Salvador, die weiter vorangebracht wird. Naipo Kehle, das ist der Präsident von El Salvador, hat hier getwittert am 1. Oktober vor wenigen Tagen, dass jetzt bereits mehr als 2,7 Millionen El Salvadorianer die Chivo Wallet benutzen. Die Chivo Wallet ist die hauseigene Wallet von der Regierung von El Salvador, die die Regierung ausgerollt hat und quasi den Leuten dort vor Ort an die Hand gegeben haben. Und mit dieser Wallet sollte dann die Adaption vorangetrieben werden. Es gab so einen kleinen Anreiz, um die Chivo Wallet zu benutzen. Jeder, der die Chivo Wallet, der Bewohner, Staatsbürger von El Salvador war und die Wallet heruntergeladen hat und sich verifiziert hat, hat dann 30 Dollar in Bitcoin erhalten. Und daraus resultiert, dass sich 180 neue Nutzer pro Minute die Chivo Wallet herunterladen und sich anmelden. Und das steht hier jetzt nicht, aber ich habe gelesen, dass jetzt mehr Salvadorianer die Chivo Wallet oder das Bitcoin-Netzwerk benutzen, einen Wallet anbietern, es muss nicht die Chivo Wallet sein, das kann auch eine andere Wallet sein, benutzen, als es Banknutzer gibt im ganzen Land. Und das ist schon ziemlich krass. Wir erinnern uns, nur 30 Prozent der Bewohner von El Salvador haben Zugang zum traditionellen Finanzwesen über Bank-Accounts. Und jetzt haben bereits mehr als 2,7 Millionen Menschen, das sind ungefähr 40 Prozent, glaube ich, der Bewohner in El Salvador, dieses Chivo Wallet. Nicht dazu gerechnet natürlich die ganzen anderen Nutzer, die auch andere Wallets benutzen. Und das sind jetzt in der Summe mehr als Nutzer von Bank-Content. Daran sofort anschließend ist natürlich die Adaption vom Lightning-Netzwerk. Denn das Lightning-Netzwerk, wie wir hier sehen, hat ein riesen Wachstum in den letzten Wochen und Monaten erfahren. Das Lightning-Netzwerk ist eine Second-Layer, also eine zweite Ebene über dem Base-Layer von Bitcoin, wo man Transaktionen sicher, schnell und sehr, sehr kostengünstig durchführen kann. Das ist quasi so vergleichbar mit PayPal, nur halt mit Bitcoin. Und zeigt so ein bisschen, dass Bitcoin nicht nur den Store-of-Value machen kann, was es jetzt gerade macht, sondern es kann vor allem auch Zahlungen schnell über das Lightning-Netzwerk, also über einen Second-Layer nutzen. Und die Zuwächse, die man hier sieht, sind monatliche Zuwächse. Das heißt, die Netzwerkkapazität hat sich in den letzten Monat um knapp 30 Prozent erhöht. Auch ich persönlich habe mir in den letzten Wochen, einfach weil es so einfach ist, es einzurichten, einen Fullnode gemacht. Also es gibt jetzt 27.000 Fullnodes, die Bitcoin-Lightning-Netzwerk unterstützen. Und auch ich habe mir mit Hilfe von Umbra in den letzten Wochen so einen Fullnode erstellt. Es ging wirklich sehr, sehr einfach. Innerhalb von 30 Minuten war das aufgesetzt. Und ja, ich bin jetzt einer davon. Und auf jeden Fall wächst das Lightning-Netzwerk mit diesen Metriken sehr, sehr stark. Und ja, die Verbindung zu El Salvador ist natürlich, dass in El Salvador, weil die Menschen etwas ärmer sind im Durchschnitt, jedenfalls wie in Europa oder in Deutschland, die Menschen dort natürlich das Lightning-Netzwerk benutzen, um alltägliche Zahlung, wenn sie Lebensmittel kaufen oder wenn sie ins Café gehen, tätigen. Denn wenn sie das Ganze on-chain machen würden, also auf dem Basis-Layer von Bitcoin, wäre das Ganze sehr schnell unwirtschaftlich. Wenn du für eine Transaktion 5 Dollar, 10 Dollar oder vielleicht sogar 20 Dollar standardmäßig bezahlen würdest, dann würde sich das Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk, sich natürlich nicht so gut durchsetzen. Deswegen ist in El Salvador die Adaption von Bitcoin auch ein Erfolg vom Lightning-Netzwerk auf jeden Fall. Dann haben wir eine weitere sehr, sehr gute Nachricht von Bitcoin. Und das ist die amerikanische FED. Der Präsident Paul hat im US-Kongress bekannt gegeben, dass die FED nicht plant, Kryptowährungen zu limitieren oder zu verbieten, speziell auch Bitcoin. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn erst vor wenigen Monaten hatten wir die Horrornachricht aus China, China-Fat sozusagen, wo China wieder mal bekannt gegeben hat, dass sie Kryptowährungen verbieten und regulieren wollen. Nicht nur, dass die ganzen Miner jetzt aus China verschwunden sind, sondern auch vor kurzem wurde der Handel mit Kryptowährungen von China wieder mal verboten. Wenig Effekt hat das Ganze gezeigt. Und jetzt haben wir auf dem Gegenpol die USA, die quasi den Westen so ein bisschen repräsentiert, die aufzeigen, dass der Westen nicht vorhat, Kryptowährungen zu verbieten, zu regulieren. Das glaube ich schon. Das wird irgendwann auch noch stärker kommen. Aber jedenfalls der Verbot ist vom Tisch. Und das stimmt mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv für die nächsten Monate. Als nächstes haben wir das Stock-to-Flow-Model. Und das ist eigentlich relativ wichtig, denn hier schauen wirklich viele Marktteilnehmer drauf. Das Stock-to-Flow-Model ist von einem Twitter-Nutzer, der Plan B heißt, der anonym bleiben möchte, ein vorgestelltes Modell, das aufzeigt, das ist jetzt noch eine abgeänderte Form, das Stock-to-Flow-X-Model. Aber im Kern sagen diese Modelle aus, dass Bitcoin sich in Zyklen bewegt. Es gibt Bullen- und Bärenmärkte, die sich am Bitcoin-Hiving, das alle vier Jahre stattfindet, so ein bisschen orientieren. Und das sind hier auch diese Treppen, die man sehen kann. Das sind dann immer alle vier Jahre, immer dann, wenn das Bitcoin-Hiving durchgeführt wird, halbiert sich auch der Supply, also die Herausgabe von neu generierten Bitcoins. Und das soll das so ein bisschen nachverfolgen. Die Verknappheit von Bitcoins in der Zeit zeigt sich in diesem Modell. Und das Ganze basiert natürlich so ein bisschen auch auf Vergangenheitswerten, weil sich das Ganze so in der Vergangenheit entwickelt hat, hat der Plan B die Prognose, dass es sich in der Zukunft auch so verhält. Aber er war in den letzten Jahren wirklich sehr akkurat da drin. Und das bedeutet natürlich, dass viele Leute auch auf dieses Modell schauen. Sehr stark vereinfacht, mit einigen Annahmen natürlich. Aber wie er auch selber gesagt hat, Plan B jetzt vor kurzem, glaubt er, dass wir jetzt in den zweiten Teil des Bullenmarktes hereingehen werden und dass das Ganze noch sechs Monate andauern wird oder mehr. Ich glaube nicht, dass wir sechs oder mehr Monate noch den Bullenmarkt haben werden. Wir hatten den Bullenmarkt schon ziemlich, ziemlich lange. Jetzt, wo wir steigende Preise hatten, aber auch eine steigende Adaption. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze jetzt schnell nach oben gehen könnte, sich überhitzt und dann das Ganze vor den sechs Monaten auch schon wieder nach unten geht und das Ganze dann einen Bärenmarkt einleiten wird. Aber das ist nur Spekulation meinerseits, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Kommen wir zu einem weiteren Netzwerk, welches sehr, sehr gut für den Kryptomarkt allgemein steht. Wir reden von Ethereum. Bitcoin ist so ein bisschen der Store of Value und wird auch für den Zahlungen jetzt mehr und mehr mit Lightning benutzt. Aber Ethereum zeigt einfach sehr gut, was man mit Kryptowährungen, mit dezentralen Applikationen alles machen kann und zeigt auch sehr gut, wie sich die Kryptoindustrie entwickelt und welche Trends auch damit verfolgt werden. Als erstes möchte ich auf die Burnrate eingehen, die mit EIP 1559 eingeführt worden ist. Die kann man hier sehen und hier links sieht man das Ganze dann. Die Burnrate ist quasi oder die gesamten verbrannten EFA-Token ist quasi ein Indikator für die Auslastung des Netzwerks. Ich habe es im anderen Video schon mal erklärt. Je mehr das Netzwerk, das Ethereum-Netzwerk benutzt wird, desto mehr EFA wird auch verbrannt. Und was wir hier sehen, ist, dass bereits 1,5 Milliarden US-Dollar an EFA verbrannt worden ist und das seit dem Sommer, also seit wenigen Wochen erst. Und das ist wirklich gigantisch und zeigt erstens, wie stark EFA benutzt wird, aber auch, welche Effekte das Ganze auf den EFA-Preis in der Zukunft haben könnte. Denn EFA wird halt durch diese Burnrate zu einem knapperen Gut, als es vorher war und nähert sich so ein bisschen den Status von Bitcoin an. Nicht als digitales Gold, aber vielleicht als digitales Silber jedenfalls. Und wenn wir von Ethereum reden, dann müssen wir natürlich auch über DeFi und auch NFT reden. Fangen wir mit DeFi an. DeFi, Decentralized Finance-Applikationen, sind wirklich stark am Wachsen. Man sieht hier, dass 90 Milliarden US-Dollar an Werten in DeFi-Produkten, wie zum Beispiel Uniswap oder Aave, gelockt sind. Also nicht verfügbar, dem Markt entzogen quasi. Und das ist wirklich eine große Summe und wie man hier sieht, ist das stark am Wachsen. Auch wenn das jetzt in den letzten Monaten nicht mehr ganz so stark exponentiell gewachsen ist, wie vorher noch. Aber wir haben grundsätzlich einen Trend, der nach oben zeigt. Und das bedeutet einfach, dass eine Nachfrage nach dezentralen Applikationen sehr, sehr groß ist und dass auch weiterhin Produkte rund um DeFi benutzt werden. Und als zweiten Trend haben wir NFTs. DeFi war eher etwas, was 2020 im Sommer, dem DeFi-Summer gepiekt hat, also den Höhepunkt hatte. Und NFT hat jetzt im Jahr 2021 ihren Höhepunkt, vielleicht auch aus dem nächsten Jahr, man weiß es nicht ganz genau. Aber NFT ist in aller Munde. Und was ich hier super interessant finde, ist, dass NFTs nicht technische Nutzer in den Kryptomarkt bringen. Also nochmal eine ganz neue Gruppe von Nutzern, die jetzt erstmalig mit dem Kryptomarkt in Verbindung kommen über NFTs. Sei es zum Beispiel sein Künstler, die Grafiken machen oder Videos oder GIFs, die eigentlich gar keine Ahnung von Bitcoin, von Ethereum vorher hatten, kommen jetzt in den Markt. Wir sehen auch viele Celebrities, Snoop Dogg oder auch andere Basketball-Collectables werden erstellt, von der NBA zum Beispiel oder auch bei uns mit dem Fußball werden verschiedene Sammelkarten erstellt, die dann untereinander getauscht werden. Also der NFT-Boom hat gerade erst angefangen und bringt erstens eine riesige Anzahl von neuen Nutzer in den Markt, aber auch Neues an Werten. Immer wenn NFTs generiert werden, wenn NFTs gehandelt werden oder verkauft werden, wird natürlich das Netzwerk Ethereum meistens, aber es können natürlich auch andere Netzwerke sein, benutzt. Und hier werden natürlich die Transaktionskosten, wenn wir beim Beispiel von Ethereum bleiben, auch im IFA abgewickelt. Und das bedeutet auch für den Preis, je mehr das benutzt wird, desto mehr wird verbrannt an IFA, aber auch je mehr Transaktionen gehen dann später, wenn Ethereum 2.0 herauskommt, dann später auch an die Stacker. Und das sind ganz, ganz interessante Effekte und Trends, die wir hier haben. Und um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, ich habe mir jetzt Bitcoin und IFA exemplarisch angeschaut, die letzten News und Trends begutachtet. Und wenn man von diesen beiden Netzwerken ausgeht, glaube ich, kann man sagen, dass der generelle Trend für die nächsten Monate, also für die Kurz- und Mittelfrist, aber auch für die Langfrist sehr, sehr gut ist. Die Langfrist, habe ich in verschiedenen Videos natürlich schon gesagt, ist bei beiden Netzwerken oder im gesamten Kryptomarkt richtig, richtig gut. Aber ich glaube jetzt auch, dass die Kurzfrist und die Mittelfrist wirklich sehr gut ist, aus den genannten Gründen. Und ich glaube, dass wir in eine zweite Phase des Bullenmarktes gehen, der einige Monate durchhalten kann. Und dann werden wir wahrscheinlich in eine Bärenmarktphase gehen. Aber das ist ganz wichtig, das haben vorige Bullenmärkte und Bärenmärkte, also Zyklen, auch gezeigt. Das niedrigste Low vom Bärenmarkt wird meiner Meinung nach höher sein, als das niedrigste Low vom vorherigen Bärenmarkt. Und das ist dann genau das, was wir auch im Stock-to-Flow gesehen haben. Ich kann es ja nochmal zeigen, das ist jetzt, wie gesagt, nur von Bitcoin. Aber verschiedene Kryptoassets orientieren sich auch an der Entwicklung von Bitcoin. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe, die Entwicklung in Stufen. Und wie man hier auch sehen kann, das sind Vergangenheitswerte, ist, ich glaube, blau ist hier der Bärenmarkt, sind die Lows von dem Bärenmarkt hier immer höher als die Lows von dem vorherigen Bärenmarkt. Und mit diesen Worten möchte ich das Video beenden. Was glaubst du denn, wie wird sich das letzte Quartal in Bezug auf die Preise entwickeln? Gehst du auch, wie ich, davon aus, dass wir eine positive Phase haben, dass wir also weiter im Bullenmarkt vorangehen, dass wir in eine zweite Phase des Bullenmarktes kommen? Oder aber glaubst du, wir werden uns weiter seitwärts bewegen, wie auch schon im Sommer jetzt? Oder aber werden wir in eine Bärenmarktphase gehen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was du denkst. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist und einschaltest. Wir sehen uns dann. Ciao.